Der kleine Hürfel könnt ihr machen, den ihr vorher Spiralen macht, oder aus den Kreisen könnt ihr es machen. Ich mache Spiralen einfach. Und hier hochziehen. Wenn er oben ist, müsst ihr zwei Finger drauf, müsst ihr einen kleinen Stoß geben nach unten, damit der Bandstopp sich einmal dreht. Also, da, hier, da, schon. Hier, da. Du musst dich einmal in der Luft drehen. Und hier, da. Perfekt. Jetzt kann man noch was die Kreisen machen. Kreis, 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 Kreis. In der Luft musst du einmal diese Bewegung machen. Kreis, Kreis. Das kann man auch neben dem Körper machen, das ist sogar ein bisschen einfacher. Stehen, Kreis, Kreis, Kreis. Mal. Kreis, Kreis, Kreis. Und immer direkt wegziehen. Denk auf den Boden liegen lassen. Noch einmal. Kreis, Kreis, Kreis. Okay. Vielen Dank.